Oh Mann, die geht mir so auf die Eier, Mann, wenn ich welche hätte, Mann. Diese blöde Zicke da. Wie sie rein zur Schlammschlacht hier im Dschungelcamp. Und da soll man gute Prüfungen machen, ja? Dschungelprüfungen. Mit so einer Zicke da. Blöde Tussi. Geht mir so auf die Eier, wenn ich welche hätte, Mann. Das darf nicht wahr sein. Warum sind die hier eingeladen? Die geht mir so auf die Eier, wenn ich welche hätte, Mann. Blöde Tussi hier. Ja, ja, das ist klar. Das wird ein Zicken-Alarm. Die rein zur Schlammschlacht, das kann ich euch sagen, ja? Mann. Und da sollst du hier tolle Prüfungen machen, ja? Du musst da alles Mögliche essen und trinken da. Und dann so eine blöde Zicke da, so eine blöde Tussi da. Die geht mir so auf die Eier, Mann, wenn ich welche hätte, Mann.